Musik Kein Thema, ich bin auf dem Sprung. Oh nein, mein Schlüssel steckt. Wer kennt das nicht? Man steht unter Stress, ist in Gedanken und schwupps. Die Tür ist zu. Na prima. Bei herkömmlichen Schließzylindern wäre das ein Fall für den Schlüsseldienst. Denn wenn schon ein Schlüssel steckt, kann man gewöhnlich nichts machen. Hierfür bietet CARBA einen speziellen Schließzylinder an. Ich hole einfach meinen Ersatzschlüssel bei der Nachbarin. Mit dieser Lösung von CARBA haben Sie einen enormen Vorteil. Dann lässt sich Ihre Wohnungstür von außen mit dem Ersatzschlüssel öffnen, obwohl bereits von innen ein Schlüssel steckt. Sie sehen, mit CARBA können Sie sich nicht nur das Leben sicherer, sondern auch leichter machen. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr überlebt haben. Ich hoffe, dass Sie sich nicht mehr sagen, dass Sie sich nicht mehr überlebt haben. Und dann können Sie das Leben sicherer, dass Sie nicht mehr überlebt haben. Vielen Dank.